Herzlich Willkommen zum All About Running Talk Pod bei Edinger Alkoholfrei. Es ist heute unsere erste Folge von einem neuen Format, das wir uns im Vorfeld doch einige Zeit, das wir mal Gedanken gemacht haben, und uns sehr freuen, dass das jetzt zum Leben erweckt wird. Phoenix ist an meiner Seite. Wir werden hier zukünftig über Laufthemen sprechen. Wer hätte das gedacht? Laufthemen, Training, Trainingslehre, wie bereite ich einen Marathon vor, wie habe ich das früher gemacht, wie ist das vielleicht in Zukunft anders geworden? Und viele weitere Themen, das wird zukünftig einmal im Monat eine neue Folge auf YouTube erscheinen. Und das ganze Format ist natürlich so gedacht, dass wir eine Themenliste haben, aber im besten Fall erlebt das natürlich auch von der Community, die Spaß daran hat, das anzuschauen. Das heißt, wir wollen natürlich auch eure Vorschläge und Wünsche zukünftig mit aufgreifen und hier einbauen. Und ja, Felix, müssen wir dich vorstellen, ich würde sagen nein, weil du lebst ja so stark schon auf meiner Social-Media-Welt, wird dann auch ein Podcast, auch wenn du selten genug zum Gast bist, weil du bist im Bestzeit-Podcast. Nichtsdestotrotz wissen die Leute immer bestens und wirklich Bescheid. Felix ist natürlich nicht nur ein sehr, sehr guter Freund, sondern vor allem auch ein langjähriger Trainings- und Sportweggefährte. Leidensgenosse würde ich das eher nennen. Manche würden vielleicht auch Leidensgenosse sagen. Und ja, vielleicht zum Background, damit ihr versteht, einfach auch was Felix für ein sportliches Niveau hatte. Er versucht das immer gerne so ein bisschen unter den Teppich zu kehren, aber Felix war natürlich auch Mittelstreckenläufer, später auch Langstreckenläufer der absoluten deutschen Spitzenklasse. Mehrfacher deutscher Meister in verschiedenen Teamwettbewerben. Drittplatzierter in der U23 auch über 1500 bei deutschen Meisterschaften gewesen. Und eigentlich kann man ja sagen, du hast wirklich mit der ersten Mittelstrecke mit 800 begonnen, aber bist ja irgendwann auch alle Strecken gelaufen. Insofern kennst du dich ja auch sehr gut aus, wie unterschiedliche Trainingsformen funktionieren. Und darfst du dich jetzt auch selber natürlich noch ein bisschen ergänzend vorstellen. Nee, dann hast du das wunderbar schon gemacht. Vielen Dank. Deswegen freue ich mich auch, hier jetzt dabei zu sein. Ich glaube, da gibt es einfach super viele Parallelen. Ich meine, ich habe das damals mitgemacht. Ich bin nach Regensburg gewechselt, wo ich uns kennengelernt habe. War klassische 800 Meter Lauf. Ich habe mich immer gewehrt, mehr als 20 Kilometer in meinem Leben zu laufen. Jetzt bin ich ein paar Marathons gelaufen. Das hat mich ganz so gehalten, mein Versprechen. Aber dadurch habe ich natürlich auch sehr, sehr viel gelernt über Training. Ich habe dich relativ früh schon kennengelernt, relativ lang begleitet. Einmal bei Kurt Trinken, bei unserem gemeinsamen Trainer, aber dann später beim Wechsel zu Renato Canova. Dazwischen gab es ja auch mal vielleicht eine kleine Lücke, wo du versuchst, was selber dir das ein bisschen vorzuschreiben, vorzuleben. Können wir auch später darüber sprechen, warum das in meinen Augen nicht so erfolgreich war? Ja, unbedingt, unbedingt. Und gerne, ich meine, die meisten Leute wissen eigentlich gar nicht, wenn sie so einen Marathon laufen. Es kursieren so viele Theorien, so viele Gerüchte, wie bereite ich mich vor, was muss ich machen? Und es gibt natürlich immer dieses Standard-12-Wochen-Plan. War das denn damals, ich meine, du hast auch die Entwicklung genommen von 5.000, 10.000 bis auf 1.500, 1.800 gelaufen? Du bist doch immer noch schneller als ich, dass immer noch ein Dorn im Augenblick ist. Aber letztendlich hast du dich auch irgendwann entschieden, Marathon zu laufen. Und dann war dieses klassische 12-Wochen-Programm sozusagen omnipräsent. War das eigentlich immer diese 12 Wochen oder hat sich das irgendwann verlängert? Weil letztendlich kommen ja auch ein paar Krankheitswochen hinzu. Ja, ich glaube, wir haben am Anfang in Regensburg bei Kurt Ring damals klassisch mit 12 Wochen begonnen. Einfach, weil es damals so omnipräsent war in der Trainingslehre. Und man muss fairerweise auch dazu sagen, ich meine, Kurt war ja schon damals ein sehr, sehr erfahrener Trainer. Wobei ich jetzt einer der ersten, zumindest männlichen Marathon-Athleten war. Er hat schon viele Frauen im Seniorenbereich erfolgreich gecoacht, die wirklich auch krasse Leistungen auch dann erzielen konnten. Aber bei uns war dann schon der Anspruch so, dass wir gesagt haben, okay, der Wechsel zum Marathon hat ja vor allem strategische Gründe gehabt. Das heißt, wir haben ja gesagt, es geht ja nicht darum, dass ich irgendwie jetzt noch einen Marathon laufe, sondern ist ja ein bisschen aus der Not herausgeboren, dass ich gesagt habe, über 10.000 wird es wohl nicht reichen für Olympische Spiele. Und leider gibt es nichts dazwischen. Das heißt, wir wollen direkt 42 Kilometer machen. Und deswegen war ja schon ganz klar, wenn wir diesen Wechsel vollziehen, dann logischerweise vor dem Hintergrund, dass ich eine Olympia-Quali erzielen möchte. Und ich glaube, dass wir beide, würde ich mal sagen, in dieser gemeinsamen Zeit bis 2019, also wir haben ja begonnen mit Fokus Richtung Marathon-Training, ich würde sagen so 2000, ich glaube, die Entscheidung gefallen ist ungefähr 2014, dass wir das angehen wollen im Frühjahr. Und bis 2019 haben wir ja auch zusammen trainiert. Ich glaube, dass wir beide in der Phase sehr viel gelernt haben. Ich glaube, dass wir eher davon weggekommen sind, das jetzt wirklich aufzuhängen in zwölf Wochen, dass es immer zwölf Wochen sein müssen. Heute ist es irgendwie, finde ich, wenn man das von außen beobachtet, auch komplett aufgefasert. Also klar, wenn du jetzt irgendwo einen Trainingsplan kaufst, wird der meistens angeboten als zwölf Wochenplan, einfach weil das so der kleinste gemeinsame Nenner ist, wo sich, glaube ich, alle irgendwie darauf verständigen können. Aber es gibt sehr individuelle Herangehensweisen. Also es gibt heute Leute, auch bei uns im Podcast, der schon für mich immer noch ein Segen, dass wir so viele tolle Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen haben, die ja auch ihr Training öffentlich mit uns da teilen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Richard Ringer rausnehme, dann ist es für mich so jemand, der ganz bewusst davon Abstände genommen hat und eher eine verkürzte, aber dann wirklich intensive Vorbereitung macht. Und wir waren aber eher die, die gesagt haben, um eben nicht in Zugzwang zu kommen, in Stress zu kommen, weil bei mir ja auch bekannt war, hier und da hat der Körper mal gezwickt. Was hat dein alter Trainer noch vorher dazu gesagt, dass es etwas bei dir zwickt? Da kann ich mich gar nicht daran erinnern, was ich mir gesagt habe. Das ist dein Körper, glaube ich, ein Käfer. Eher gleich sozusagen auch mit dem Porsche-Motor drin ist, aber natürlich die Konstitution jetzt nicht unbedingt gerade so war, dass es behaltenbar war, sagen wir es mal so. Ja, Käfer, Chassis und Porsche-Motor, das stimmt, das habe ich fast vergessen. Das stimmt, das ist aber auch wirklich so gewesen. Also ich glaube, dass der Motor, also sprich Herz-Kreislauf-System, Fähigkeiten, Ausdauerentwicklung, also wenn ich da jetzt auch dran denke, was wir für Leistungs- und Technologien-Werte über all die Jahre sammeln konnten, wie groß das Herz ist und so weiter, entspricht das, was man messen konnte als Potenzial dem, was am Ende mal mit der Zeit steht, vermutlich nicht. Also da gab es jetzt nicht wenige auch Sportwissenschaftler und Ärzte, die mir da mehr zugetraut hätten, aber am Ende des Tages ist es ja immer ein Gesamtkonstrukt und man musste ja mit dem Körper leben, in dem man geboren ist und der war für das intensive Training vielleicht nicht predestiniert. Wir haben es dafür schon lange rausziehen können, aber es gab da immer mal wieder Wehwehchen und um da eben nicht gezwungen zu sein, dumme Entscheidungen zu treffen. Dumm ist für mich, dass man einfach Schmerz ignoriert und draufhämmert. Das führt dann meistens dazu, dass es irgendwann was komplett kaputt ist. Das ist ein Prozess gewesen. Kommen wir gleich zurück. Wir haben jetzt recht gut probiert, gegen die Wand zu laufen, das stimmt natürlich. Aber ich würde sagen, so in dieser späten Phase meiner Marathon-Zeit war es so, dass wir vielleicht sogar eher 14 oder 15 Wochen, lass es 16 Wochen sein, dass wir gesagt haben, das ist der gesamte Zeitraum, den wir uns nehmen wollen, um uns fortzubereiten. Und vielleicht muss man sogar da anfangen, was ist, wie geht es denn los, wenn sich ein Marathon beendet. Ja, also das ist ja irgendwie, du beendest den Marathon und dann eine Frage, die mich auf Insta total oft erreicht ist, ja und dann trainiert es so voll weiter. Du nimmst ja mir schon alle Fragen weg, das ist ja, du kannst ja eigentlich eine One-Man-Show machen. Du redest, dann stellst du dir selber eine Frage und dann beantragst du es damit. Man könnte meinen, ich habe schon ein paar Jahre Podcast gemacht, wer gar nicht schreibt. Nein, also im Prinzip, wenn man so sagt, okay, du bist jetzt einen Marathon gelaufen, ist ein Learning, dass ich zuletzt, so wie ich dann aufgehört habe, war es so, dass ich gesagt habe, ich würde zwei Wochen Minimum einfach mal komplett rausnehmen für den Kopf und für den Bewegungsapparat. Du hast zwölf Wochen oder mehr sehr hart trainiert, du hast on top einen Marathon, in dessen Fall erfolgreich absolviert, das ist ein Riesenstress für den Bewegungsapparat. Da muss man vielleicht einfach mal sagen, man gönnt dem Körper mal diese zwei Wochen Pause. Wer es mag, ich weiß, ich war jetzt nie der größte Fan von segenspezifischem Training, aber man kann ja zwei Wochen anschließend sagen, ich mache vielleicht ein bisschen Laufen, vielleicht aber auch vor allem ein bisschen Rad, wer gerne schwimmt, schwimmen, um so ein bisschen wieder reinzukommen und dann so eine vierwöchige Übergangsphase, wo man halt sagt, ja, jetzt beginnt eigentlich meine Vorbereitung wieder im Hinblick auf den nächsten Marathon, aber da jetzt auch noch nicht direkt mit 200 Kilometern. Genau, also wie fängst du so eine vier Wochen Zwischenphase an? Also ich meine, du hast zwei Wochen Pause gemacht. Jeder, der mal zwei Wochen nicht laufen war, weiß, wie eklig es ist, wieder anfangen zu laufen. Zumindest geht es mir ja auch so. Klar gehst du da nicht all in, aber nimm uns doch mal kurz mit, was sind die vier Wochen, die du da als Übergang nimmst? Was ist dann so das Basic-Training bis zu diesen zwölf bis 15 Wochen unmittelbare Vorbereitung, auch Kilometermäßig? Klar ist das jetzt kein Vergleich für alle Zuschauer zu Hause, aber damit man einfach trotzdem ein Gefühl bekommt, okay, sind das 140 bis 160 Kilometer und dann auf 210 oder ist das auf einem anderen Level einfach so, damit einfach mal zu spielen? Ja, das ist vielleicht wirklich nochmal ganz wichtig. Gut, dass du es gesagt hast. Also wir nennen jetzt Tempi-Kilometerleistungen, die ich absolviert habe. Natürlich ist das jetzt nicht so gedacht, dass ihr zu Hause das 1 zu 1 nachtrainieren sollt, aber ihr kriegt ja dann ein Feeling, was sind normalerweise eure Peak-Kilometer in der Marathon-Vorbereitung. Dann könnt ihr ja sehen, wie viel Prozent ich variiere in so einem Aufbau. Und in den Wochen sozusagen, also du hast jetzt eine vier Wochen, nennst du es mal Off-Season, kurz mit gar nicht laufen, mit semispezifisch. Also wir würden es 16 Wochen vorher beginnen. Dann sind eben diese ersten vier Wochen gar nicht groß kilometerorientiert. Also ich fand, da hat es sich immer bewährt, dass man gesagt hat, man versucht irgendwo so zwischen 100 und 140 Kilometer erstmal zu landen, was in unserem Verhältnis ja relativ leicht ist, weil wenn du jetzt am Tag 15 Kilometer erinnerst zum Beispiel, also eine, eine an 15 Kilometer, dann bist du ja schon bei 105. Also da hast du jetzt noch keinen einzigen Tag gedoppelt. Und deswegen würde ich sagen, wenn du dann noch am Wochenende einen längeren Lauf machst, der jetzt nicht Marathon-Longrun ist, aber sagen wir mal 20, 25 Kilometer, dann kommst du relativ schnell in so eine Range. Ich fand es immer gut, nicht sofort einsteigen zu müssen mit bestimmten Geschwindigkeiten im Hinterkopf. Das heißt, ich habe nämlich relativ gerne in dieser ersten Phase einfach klassisch Fahrtspiele, Fahrtleks gemacht, einmal, zweimal die Woche. Aber frei oder hast du dich halt trotzdem an Zeiten orientiert? Wobei das ein Thema ist für... Können wir, glaube ich, in der Bereite, glaube ich, mal fast in der eigenen Folge auf jeden Fall mal noch machen. Aber ich würde sagen, es war mal so, mal so im Prinzip ein ganz freies, davon bin ich irgendwann ein bisschen weggekommen, weil das ist für mich eher so ein Lauf an einem, nennen wir es mal so, weißt du, später bei Renato war es ja so, du hast eigentlich im Prinzip in der Woche nur zwei harte Einheiten gehabt und dann immer zwei Tage easy. Und dann im zweiten Tag, dass du da ein bisschen wieder aus dem Trott kommst, das so ein bisschen einzubauen. Ich fand es aber nicht schlecht, einfach selbst wenn es ein festes Gerüst ist, egal ob es zehnmal oder 15mal eine Minute schnell eine Minute locker ist oder zwei Eins oder Pyramiden, finde ich es gar nicht schlimm, weil du ja trotzdem nur so rennst an dem Tag, wie es der Körper zulässt. Also du hast jetzt keine Vorgabe, das muss ein 3.10 oder ein 3.0 sein, sondern du rennst halt so, wie es der Körper hergibt. Und das ist A, gar kein Druck. Und B, holst du deinen Körper am Ende eigentlich so ab, wie er halt gerade fit ist. Und deswegen fand ich das eigentlich immer ganz gut, als Programme zu Beginn eben auf so Fahrtspiele auszuweichen. Und bei den Long Runs ging es am Anfang eigentlich nur darum, sich zu bewegen. Die waren jetzt nicht komplett gejoggt, aber ich würde sagen, am Anfang bist du die vielleicht auch in 3.45 oder sowas erstmal wieder gelaufen und jetzt nicht direkt 3.30 oder noch schneller, sondern da ging es halt darum, 20, 25 Kilometer. Aber da bist du ja schon in der unmittelbaren Vorbereitung in diesen... vier Wochen Übergang zu den zwölf Wochen, wo es dann losgeht. Weil bei den zwölf Wochen war es meistens so, zumindest bei Kurt, bei Renato war es für mich lange schwieriger einzuschätzen, weil Renato hat uns nie eine komplette Vorbereitung gegeben. Also Renato hat, und das hat er auch mal erklärt, weil ich das gefragt habe, wenn ich mit ihm in Trainingslagern war, hatten wir immer nur eine Woche. Also du bist mit ihm irgendwo, egal ob er in den italienischen Bergen, in Kenia gewesen, und du hast eine Woche gehabt. Und dann dachte ich, was war die nächste Woche? Das machen wir dann, wenn er weiß, wie die Woche war. Ja, und geschweige denn, zwölf Wochen habe ich das nie gesehen. Bei Kurt war es ja schon so, dass er für sich einen zwölf Wochenplan hatte, den hat Renato Seelig auch im Kopf gehabt. Aber bei Kurt haben wir schon den mal, oh, der ist an sich den Stein gemacht. Aber wir werden nicht bekommen. Wenn ich mich an Dresler erinnere, da wurde am ersten Tag schon eine ganze Planung geworfen, weil wir einfach komplett was anderes gemacht haben. Okay, wir haben zwei Wochen, aber hey, ist egal, wir machen komplett was anderes. Ja, das stimmt auch. Also nicht, dass das jetzt so war. Der Plan ist einmal erstellt worden und dann mussten wir den so durchtrainieren. Aber im Großen und Ganzen gab es da natürlich eine gewisse Abfolge. Sagen wir mal, du hast vor, noch zwei Rennen zu machen innerhalb dieser Vorbereitung. Das ist ja dann schon wichtig, vor der Vorbereitung zu wissen, wann diese Rennen sind, damit du natürlich die Belastungswochen oder auch die Long Runs dementsprechend planen kannst. Weil, wenn wir jetzt den nächsten Schritt vorausgehen, wir sagen, okay, wir gehen jetzt von der 16-Wochen-Vorbereitung aus. Die ersten vier Wochen sind so ein bisschen zum Reinkommen. Bei mir dann vielleicht 60, 70 Prozent von dem Gesamtvolumen, was ich sonst renne. Tempo-Einheiten sind primär Fahrtspiel nach Gefühl. Die Long Runs sind nicht länger als 25 Kilometer. Und wir kommen jetzt zu der Phase, wo zwölf Wochen vom Marathon beginnen. Müssen wir auch wissen. Wir haben meistens relativ früh mit dem Tapering begonnen. Also im Vergleich zu Renato später. Das heißt, ich sag mal, zehn Tage, spätestens sieben Tage vor dem Marathon haben wir echt wenig noch gemacht. Und es sind auch keine super krassen, intensiven Einheiten mehr. Und Kilometer auf jeden Fall schon runtergefahren. Das heißt, diese Zeit musst du ja eigentlich von den zwölf Wochen auch wieder abziehen. Also was du dadurch hast, an Form des Gewinnstossierten raus zum Marathon ja auch nicht mehr. Wenn du dann diese zehn Wochen nimmst, die dann noch bleiben, dann war ja klar, Kurt möchte eine bestimmte Anzahl an zum Beispiel auch Läufen, die 40 Kilometer sind. Zwei, drei haben wir schon oft dann auch geschafft in der Zeit. Vielleicht eine bestimmte Anzahl an 35er, sagen wir vielleicht auch nochmal drei. Und dann nochmal, keine Ahnung, lass es zwei oder drei 30er sein. Also insgesamt waren wir immer bei sieben bis acht Low Runs, die über 30 Kilometer ungefähr waren. Genau, und das musst du natürlich ein bisschen aufbauen. Also das kannst du jetzt auch nicht direkt, du hast 2,25 gemacht, dann hast du auch nicht direkt die 40er, sondern musst du ja so ein bisschen aufgebaut sein. Und wenn du dann noch sagst, und das haben wir bei der Regensburger Zeit oft gemacht und fand ich aber auch gut, manche, auch persönliche Präferenz, manche trainieren voll durch, machen gar keine Down Weeks wirklich, alle rennen mit müden Beinen. Ich fand es ganz cool, dass wir ab und an diese dann zwölf Wochen auf dem Papier nochmal so ein bisschen unterbrochen haben, dass wir so nach drei, vier Wochen mal eine Woche hatten, wir mal ein bisschen den Fuß vom Gas genommen haben und das ja dann oft mit einem Wettkampf verbunden haben. Manchmal liefen die super gut, aber es war jetzt nicht der Plan, dass es zwangsläufig jetzt ein Zehner oder eine Halbmarathon ist, wo du Bestzeit rennst, sondern es war einfach eine, ich sag jetzt mal eine Formüberprüfung unter Wettkampfbedingungen. Und manchmal liefen die sehr gut, manchmal liefen die jetzt nicht so toll. Es hieß jetzt aber nicht, dass die Marathon-Vorbereitung deswegen vielleicht ist immer eigentlich. Ich glaube, das war auch ein wichtiger Punkt für alle Zuschauer. Ich meine, auch da kann ich mich erinnern, ich weiß gar nicht, ob du bayerische Krossenmeister schaffst. Oh Gott, ja. War vor der Marathon-Zeit, aber ja trotzdem. War für Mark Innerstone oder sowas. Ja, Gott. Also, dass ein Drehsplan nicht immer auf irgendwelche Zwischenwettkämpfe aus ist, sondern wir haben einen Plan und wir waren teilweise super schlecht bei Wettkämpfen, wenn das halt einfach trainingstechnisch nicht vorbereitet war. Aber nichtsdestotrotz hat die Form grundsätzlich gestimmt, sondern wir waren einfach müde. Es geht ja darum, am Tag X seine Leistung abzurufen. Und wenn der Wettkampf davor, Generalprobe oder was auch immer schlecht läuft, heißt das nicht, dass das Training schlecht ist, sondern es geht ja immer darum, an dem Tag für das große Ziel sozusagen im Auge zu halten. Ja. Und ich meine, wie gesagt, da haben wir auch viel einsteckend oder viel gelernt. Auf jeden Fall, wo wir einfach Wettkämpfe teilweise unterirdisch machen. Ja, man darf auch nicht vergessen, also du kannst ja diesen Stolz, den du hast und den Anspruch an dich selber, also das runterzuschlucken, fällt einem ja total schwer. Also natürlich geht jetzt niemand raus, wenn du einen Wettkampf machst und es geht halt komplett in die Hosen, dass du dann sagst, ach ja, super. Aber, sondern natürlich ist man da erstmal natürlich enttäuscht, vielleicht auch richtig angepisst, keine Ahnung, das kann alles sein. Nur da ist es dann ganz gut, können wir vielleicht dann sogar einen guten Connect machen zu dem, was wir vorher angesteasert hatten. Es gab eine kurze Phase, 2019, ich würde sagen halbes, dreiviertel Jahr, wo ich dann, ja, gemerkt habe, ich möchte nochmal einen anderen Trainingsreiz, einen anderen Input, weil ich hatte das Gefühl zu der Zeit, ich stagniere. Und dann gibt es natürlich am Ende zwei Optionen. Und entweder du akzeptierst, dass du vielleicht am Ende der Fahnenstange bist, das ist natürlich auch total legitim, kann ja sein. Oder man sagt, okay, ich habe jetzt wirklich, lass mal überlegen, 2019, das waren ja dann elf, zwölf Jahre, glaube ich, am Stück unter dem gleichen Trainer, gleiches Trainingssystem trainiert. Vielleicht ist es doch nochmal eine Zeit, einfach zu gucken, ob andere Trainingsreize vielleicht nochmal was freimachen können. Und da ich aber nicht unmittelbar wusste, also ich wusste irgendwie, ich möchte was anders machen, aber ich hatte jetzt auch nicht sofort den anderen, den nächsten deutschen Trainer im Hinterkopf, dem ich mich gerne anschließen würde. Habe ich gesagt, okay, die Übergangsphase, die musst du jetzt erstmal alleine machen. Und das ist irgendwie interessant. Du hast natürlich nach 10, 15 Jahren Leistungssport grundsätzlich, das Handwerk hast du verstanden. Du weißt, wie baut man einen Trainingsplan, was sind wichtige Einheiten, Schlüsseleinheiten, um am Ende irgendwo eine gute Form zu kreieren, für einen Marathon zum Beispiel. Aber bei mir ist es wahnsinnig schwer gefallen, subjektiv, Quatsch, objektiv gegenüber sich selbst zu sein. Man ist halt immer subjektiv. Und wenn Einheiten nicht gut laufen, neigt man wahnsinnig schnell dazu, übrigens Thema Testwettkämpfe hatten wir ja gerade schon, eher noch mehr drauf zu hauen. Also dann sozusagen, ja scheiße, die Form ist nicht da, ich muss noch härter trainieren. Aber manchmal ist es vielleicht dann besser, einen Schritt zurück zu gehen und vielleicht ein bisschen mehr Luft dran zu lassen. Vielleicht manchmal den Reizen, mehr Raum zu geben, sich zu entfalten. Und das kann halt ein Trainer von außen ganz gut. Das konnte Kurt Ringe sehr gut, das konnte aber auch Renato Canova sehr gut. Also wenn die von außen halt sehen, der Körper ist nicht in der Lage, neue Reize per Superkompensation in ein höheres Level an Output oder Performance zu entwickeln, dann muss man vielleicht auch mal drei, vier Tage einen Fuß vom Gassen nehmen. Vielleicht mal einen halben Tag freimachen. Das machst du aber selber nicht, wenn man ehrgeizig ist. Also du bist dann so drin, dass du eher immer denkst, wie kann ich noch mehr meinem Körper abtrotzen? Vor allem, wenn du halt gerade nicht in der Hochphase bist, wo es läuft, dann willst du ja, wie du es gesagt hast, immer mehr. Und dann denkst du, okay, dann mach ich da noch eine Einheit mehr, damit ich schneller, besser werde. Aber das ist ja vielleicht dann kontraproduktiv. Und dann kommen wir auch anschließend direkt zur letzten Frage für den heutigen Teil. Wenn man gerade, ich meine, du hast deine Erfahrungen angesprochen, im Sinne von auch mal ehrlich zu sich selbst sein, objektiv sein, mal was weglassen. Was sind denn so, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele, die viel zu schnell und viel zu viel trainieren. Auch was, wenn wir uns Kurt anschauen, wir haben dort drei Einheiten, drei harte Einheiten die Woche gehabt, bei roundabout, ja, zwölf bis vierzehn Einheiten pro Woche. Und bei Renato war es ja eigentlich schon noch ein Ticken weniger hart. Die waren natürlich besonders hart. Aber letztendlich, wie war denn Renatos Plan grundsätzlich aufgebaut? Du hast vorhin mal gesagt, zwei Einheiten, wobei es ja zwei bis drei im Wechsel sind, pro Woche, je nachdem. Wie oft muss ich denn hart trainieren in der Woche in so einer Vorbereitung? Das war ein großes Learning. Ich glaube, für die Frage brauchen wir ein bisschen Zeit, das zu beantworten, weil da gibt es viele Änderungen, die ich, also wo du dich sehr schwer tust, erst mal das anzunehmen, weil man vielleicht sehr lange durch ein bestimmtes System erst mal geprägt ist und du ja grundsätzlich da verstanden hast, wenn ich das und das mache, kriege ich die in die Form. Und das hast du über Jahre immer mal wieder, wenn es gut lief, ja auch reproduzieren können. Da erst mal einen Abstand zu nehmen und was komplett anderes zu machen, was ja erst mal komisch klingt. Wir haben in der Regensburger Zeit tatsächlich oft zwei Tempoeinheiten plus Long Run gemacht. Manchmal war der Long Run, ich sage jetzt mal nur, 30, 35 Kilometer, vielleicht 40 Kilometer in 3,30 durchgejoggt, also nicht durchgejoggt, das ist eine harte Einheit, aber da war jetzt nicht noch irgendein Programm drin. Das gab dann in Teilen schon auch in der späten Marathon-Vorbereitung, Vorbereitungsphase, dass dann auch solche Long Runs mit bestimmten Tempoaufgaben versehen waren, dass man dann hinten raus gesagt hat, die letzten 10 Kilometer werden jetzt schnell gemacht oder so. Aber es waren im Prinzip drei Einheiten und da war es natürlich schon schwer, nur mit einem Zwischentag, wo du ja trotzdem 30 Kilometer rennst, auf zwei Einheiten verteilt, diese Reize gut zu verarbeiten, glaube ich. Und bei Renato war es dann so, dass er gesagt hat, im Prinzip erst mal Wochen, der Ablauf einer normalen Woche, Montag bis Sonntag, ist ihm komplett scheißegal. Er arbeitet ja nur mit Profis, insofern haben Wochentage mit, und ob da eine Familienfeier oder irgendwas ist, ist ihm komplett egal, sondern das ist ein immer durchlaufendes System. Im Prinzip ist es so, in einer idealen Welt hast du jeden dritten Tag eine harte Einheit. Und dazwischen zwei Tage, ja, kann man schon sagen, locker. Natürlich ist es nicht locker, 30 Kilometer am Tag zu laufen, aber locker im Sinne von... Geschwindigkeiten. Genau, Geschwindigkeiten. Die waren sogar bewusst langsamer, als ich das früher zu Regensburger Zeiten gemacht habe. Da war es schon oft so, dass man, das will ich jetzt gar nicht irgendwie im Kurt anlassen, Gott sei Willen, sondern das war halt so, dass du dann trotzdem immer, wir haben schon vorher gesagt, du bist immer so getrieben, du wirst immer ausloten, so schnell wie möglich. Und das nimmt dir das sogar manchmal Regeneration. Also manchmal, also das gibt diese sehr einfache Basis, wie soll ich sagen, Sprichwort ist falsch, aber so die Amerikaner sagen oft, hard days hard, easy days easy. Und natürlich habe ich früher trotzdem oft versucht, wenn ich 3,40 auf den Kilometer an den Zwischentagen laufen konnte, habe ich es trotzdem gemacht, weil ich dachte, na gut, ich kann es ja, warum soll ich es nicht machen? Und bei Renato war die Ansage eine komplett andere. Da war es so, du läufst die Zwischentage, meistens waren es 4 Minuten auf den Kilometer. Und dann habe ich ja gesagt, aber ich kann ja mal schneller laufen, warum soll ich 4 Minuten laufen? Also ich meine, da passiert ja nichts. In den Topphasen, da bin ich mit 130 Puls irgendwo durch die Gegend gejoggt, wenn es nicht gerade in der Höhe war. Dann habe ich gesagt, ja, aber was bringt dir 3,30? Und dann habe ich angefangen nachzudenken, das ist ein Argument. Du machst 15 Jahre, 17 Jahre Leistungssport, dein Körper ist schon extrem trainiert. Du willst jetzt auf diesem Niveau, wo du dich schon befindest, versuchen noch besser zu werden. Was bringt dir ein 3,30er Kilometer an Zwischentagen? Das verändert Herz-Kreislauf-Technisch, es verlernt gar nichts. Aber es nimmt dir vielleicht Regenerationspotenzial, um frischer in die nächste Einheit zu gehen. Besser wirst du nur noch, wenn wir versuchen, in dem von dir definierten Bereich oder von uns definierten Bereich, sagen wir mal, dein Ziel war leider nicht geschafft, aber war ja lange, im Bereich von 2 Stunden 10 vorzustoßen. Also 3,05 auf den Kilometer. Und dann habe ich gesagt, das Ziel muss sein, von dieser Ziel-Pace, 3,05 in meinem Falle, circa 20, 30 Prozent in der Woche zu schaffen, wo wir 95 bis 105 Prozent in verschiedenen Einheiten abdecken. Also ein bisschen eben unter Race-Pace und auch ein bisschen schneller als Race-Pace. Aber was er komplett rausgestrichen hat bei mir, waren zum Beispiel Einheiten, wo du mal was in einem 10 Kilometer Tempo gerade noch vielleicht, aber schneller gar nichts mehr. Manchmal haben wir trotzdem ja, weißt du, auch noch in der Endphase von einem Marathon-Training auch mal 400er wieder gemacht, einfach für einen anderen Schritt. Ja, auch fürs Ego. Das ist ja trotzdem geil, wenn du merkst, du kannst 464 trotzdem machen, obwohl du gerade in einer Marathon-Vorbereitung bist. Aber am Ende ist es natürlich so, und da hat Renato schon recht gehabt, für was brauchst du das? Du rennst einen einzigen Kilometer in einem Marathon in einem 240er-Tempo. Es ist irrelevant, es ist für den Kopf ganz nice, aber es bringt dich nicht weiter. Wir müssen gucken, dass du im Bereich von 3,10 bis 2,55, das ist so der Bereich, eigentlich mein Halbmarathon, nicht ganz Halbmarathon-Tempo, es war ja dann 2,59, aber Halbmarathon-Tempo und ein bisschen unter deinem Marathon-Tempo. Das ist der Sweet-Spot. Da müssen wir gucken, dass wir so viel wie möglich Kilometer in der Woche hinbekommen. Es geht aber nur, wenn wir es schaffen, dazwischen gut zu regenerieren. Und da waren zwei Sachen, die noch ganz wichtig waren. Punkt 1, wenn, du musst ehrlich sein, ich bin nicht jeden Tag bei dir, wir haben ein Ferntraining außerhalb von Trainingslagern, wir müssen so oft wie möglich miteinander sprechen, telefonieren, schreiben. Wenn du nicht fit bist, nicht erholt bist, dann sag mir das. Dann schieben wir einfach, das ist nur, wir haben ja immer nur eine Woche gehabt meistens, oder wenn ich nicht vor Ort war, war es meistens so ein Drei-Wochen-Plan. Wir schieben das einfach dann einen Tag nach hinten. Und wenn du dann noch nicht fit bist, dann schieben wir es einen weiteren Tag nach hinten. Und wir machen aber den Ablauf, so wie er ist, aber es bringt jetzt nichts aus falschem Ehrgeiz, diese Einheit an dem Tag zu absolvieren, wo es im Plan steht, weil du dich dann in Grund und Boden trainierst. Reize funktionieren nur, wenn der Körper auch bereit ist, diese Reize aufzunehmen und zu verarbeiten. Und das hat lange gedauert, vom Kopf das anzunehmen, bis man dann halt irgendwann geblickt hat, es funktioniert, aber was er sagt, ganz überraschend. Hat ja auch ein paar Weltklasse-Leute trainiert. Aber das war wirklich krass, also diese Aha-Erlebnisse zu erleben, ein Plan ist erstmal ein Plan und ein menschlicher Körper ist ein menschlicher Körper und wir sind keine Maschinen. Und da gibt es so viele Einflussfaktoren, die eine Rolle spielen, wie du dich erholst, egal wie gut du dein Training nachbereitest, ob du mal einen Infekt hast. Wichtig ist nur, wie du immer auf diese Situation reagierst und nicht, was du vielleicht in deinem Kopf ursprünglich mal gedacht hast, wie dein Plan auszusehen hat. Und das vielleicht noch als Abschluss in puncto Long Runs, wobei da können wir vielleicht sogar noch mal ein Special irgendwann gesondert dazu machen. Long Runs hängt sehr stark vom Niveau ab, wo du dich schon befindest als Athlet, würde ich sagen. Wenn du jetzt ein Neuling bist, ein Rookie, der das erste Mal vorhat, vielleicht einen Halbmarathon oder dann auch irgendwann einen Marathon zu laufen, dann geht es erstmal darum, dass ihr euch ein langes Laufen gewöhnt und da spielen Tempi finde ich eher eine untergeordnete Rolle erstmal. Es geht darum, dass man sich dran gewöhnt, lange dieser Belastung, vielleicht einem unangenehmen Ermüdungsgefühl auszusetzen und zu lernen, dass das normal ist und der Körper das akzeptiert. Wenn man schon fortgeschritten ist in der Karriere, und das war ja bei mir am Ende dann schon der Punkt, habe ich natürlich auch gemerkt, vielleicht bringe ich die Anekdote noch, ich versuche in meinem Renato Italienisch-Englisch zu imitieren, als wir uns kennengelernt haben in Kenia und er das erste Mal sehr tief in mein Training eingetaucht ist und die ganzen Aufschriebe gelesen hat und geguckt hat, was habe ich in der letzten Vorbereitung, wo ich diese Helper trainiert habe, gemacht. Dann saßen wir an diesem Kamin, du kennst ja im Kariereview, Kamin in diesem Camp, abends bei so Kerzenscheinen gefühlt und dann haben wir das angeguckt und dann hat er gesagt, ja, aber Philipp, beim Berlin-Marathon jetzt letzte Vorbereitung, die nicht erfolgreich war. When did you really train for the marathon? Und ich so, ja, aber hier, in zwölf Wochen, dies, das, 40 Kilometer, 330 Tempo so, ist doch solide, so, ne? Und er hat gesagt, 330 Paces for a win, man. Und es ist halt so, er hat mir total die Augen geöffnet, es war gut, glaube ich, dass ich ihn durch Sondre Nordstatt Mojen damals in Kenia kennengelernt habe, weil er hat mich halt dann, er hat mich erst mal testen wollen, ich musste ja Probetrainings machen mit seiner kenianischen Truppe und er hat mich halt mit diesen Männern mitlaufen lassen und wenn du dann halt mit einem Jossfat Boyd und so in der Höhe, nicht, also ich habe das, die 330 halt zu Hause in Regensburg gemacht, aber wenn du auf 2400 Meter Höhe auf einmal Jossfat Boyd morgens auf der Kaptuli Road so eine 320, 315 Joggen siehst mit Rolling Hills in 40 Kilometern, als wäre es nicht, dann kriegst du das erste Mal so ein Feeling dafür, was nötig ist vielleicht auf so einem absoluten Top-Niveau, wenn du dann halt wirklich schon vieles ausgereizt hast, was nötig ist, um dem Körper nochmal neue Impulse zu geben und das eben ist das Abschluss, meine Long Run-Geschwindigkeit oder die Gestaltung der Long Runs hat sich sehr, 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 sehr stark verändert von meiner Regensburger Zeit zu Renato, einfach deshalb, weil er gesagt hat, 330, ja, in diesen allerersten Wochen, wie ich gesagt habe, so 16 Wochen erstmal wieder ran und tasten, die ersten Mal 30 wieder laufen, die kann man in einem ruhigen Rahmen machen, aber am Ende so diese essentiellen sechs, sieben Einheiten, die müssen auch eine gewisse Qualität haben und da würde ich sagen, dass die mich schon körperlich, aber vor allem auch vom Kopf und von der Leidensfähigkeit nochmal weitergedacht haben. Also Learning aus dem ersten Video ist eigentlich sich nicht verrückt machen, wenn mal was nicht so läuft, Ruhe bewahren, Krankheit und genau das Mögliche und reagieren auf diese Umstände, nicht einfach sagen, ich ziehe es straight weiter durch. Also Flexibilität ist einfach ein wichtiger Punkt und auch nicht zu hart sein. Also es ist klar, punktuell wirklich setzen, die Tempo Einheiten, die harten Einheiten, aber dazwischen auch sich wirklich Regeneration gönnen und dann kann man das sozusagen flexibel gestalten, ob das zwölf oder 15 Wochen sind, je nachdem, was natürlich die Pläne hergeben, die ihr euch schüttet oder ob ihr da mal einfach eine Zwischenwoche auch einbauen wollt. Dann würde ich sagen, ich würde sagen, es war die erste Folge, wir, ihr schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr zukünftig noch gerne sehen wollt, was ihr gerne für Schwerpunkte hättet. Wir versuchen, das in der kommenden Folge auch aufzugreifen. Wir haben ein paar Themen, haben wir schon vorausgegeben, aber wir sind natürlich sehr offen für all das, was da noch kommt. Ansonsten würde ich sagen, war eine schöne erste Folge, wie wir entspannt hier mit einem Bierchen beschließen und ich freue mich auf alles, was jetzt noch kommen wird. Prost.